Hallo und herzlich Willkommen zurück zur gepflegten Lego-Enthaltung. Ja, wir sind gerade aus der Höhle wieder da. Stimmt ja gar nicht. Also ihr wisst ja, wir hatten einen schwarzen Klotz übrig. Und wie der Schicksal so wollte, hatten wir dann die richtige Platte für außen gefunden. Ja, die war nämlich genau da, wo der Klotz hin sollte. Genau. Also Schicksal, oder weiß ich nicht, es war Karma. Zwei Legos. Ja, und so mit hohen Mutis zu töten. Klimmer kann es denn mehr werden. Ja, einfach in drinnen. Trittsackling. Trittsackling. Hallo. So, der junge Mann darf anfangen. Ach, ich... Das sieht spannender aus. Das sieht cool aus. Das Leuchter ist auch neu. Jo. So, damit fangen wir an. Jetzt bauen wir die Nase hier vorne. Ja, nicht spoilern. Wir bauen die Nase da hinten. Ich weiß nicht, was auf dem Ort. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich muss erst mal wieder Sandrum... Genau. Wir sind übrigens immer noch am D-A-One. Also, eine Stunde zehn oder so. Was sagt denn die Uhr? vor zehn stunden bist du gekommen okay ich weiß gar nicht, wie lange hast du für das großbuster ausgeboren? auch lange weil das auch sehr aufwendig war und sehr komplex und da hatten wir schon gesagt dass es das schwerste set aber es hatte sich oft wiederholt hinterher genau aber das toppt jetzt um alles das set toppt alles ja also wer das set schafft alleine gut ab und der schafft dann auch jedes andere set beim barbiehaus bricht er dann zusammen genau der langweilt sich dann er schläft dann dabei ein so ist es mut zur herausforderung also wer herausforderung mag der sollte sich das betrunken und die herausforderung mag und geld hat ja gut und star wars affin und ja so wie ich star wars ist toll wir haben lange nicht mehr über star wars gesprochen aber wir haben ja noch genug zeit und genug gelegenheiten das ist alles kein thema genug titten aber auch noch also alles gut irgendwann gibt es so memories von dann geht man ja ich darf nur wieder ranstecken oder? das ist doch so gewollt du steckst da mal gerne ran du steckst da mal gerne ran ja das stimmt so muss das sein die sind für dich auch wieder ein neues Teil also die haben viele neue Teile entwickelt für hatten wir das nicht bei den closebassers aus so was? nein das war die lampe aber das ist keine lampe das ist aber ähnlich ne? ähnlich ja aber nicht der gleiche das ist nicht der selber also die haben sich echt nicht lumpen lassen was man jetzt zu entwickeln ja nur für dieses set das weiß man nicht doch nur für dieses set die lassen sich schon noch was einfallen nur für dieses set das macht ja auch lego aus immer innovativ und produktiv produktiv ja was mich halt nur immer gewonnen hat dass mich gewonnen hat dass zu weihnachten ich einmal das set nachproduziert wurde ja vor allem weil immer noch drin steht ist in korn irgendwie genau also wenn wir das gucken also wenn ihr das guckt vielleicht ist es ja dann aber war die wand ach so da kommen noch mal solche Dinger ich hab's jetzt noch hast du gar nichts die Hälfte oder ein Drittel schwer halt zu schätzen ja wir machen weiter die Blende so sieht's aus ja nix Dach nix Dach erst mal von oben mal umbauen erst mal alle drohen erstes Zimmer dann das Dach was ist er denn achso der kommt den Lautdüter kommt direkt der Dünter ne das kam wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn diese beigen Dinger in flach da gibt es einen Dreck da wo ist er denn wo ist er denn da einfach mal reingreifen da findest du nein man sieht halt wenn die umgedreht sind ob das knüpfen ist oder nicht das ist halt ja das stimmt ein Dreck das war großer Zufall da gibt es einen Dreck da sind sie ja jetzt kommt deine Ampel ja und dann kommen diese Dreiecke da ist eins dann ist das einfach auch hier das ist auch ja deswegen sag ich alles durch Händerschmeißen und so in kein Fall wird es ein bisschen hm ach Mut zum Risiko Mut zum Mischen das kommt sowieso auf deine Seite ja das red ich das seht ihr jetzt leider nicht ich die sehen genug in den 38 Millionen Stunden du kannst das von oben bleiben ja bist du sicher dass du das nicht mehr brauchst ich weiß wo es hinkommt also man darfst doch noch ein Plättchen mit runter setzen so eins wie heißt die Frage wie und oder ja so oder so oder ja klar dann muss ich ja bitten Mut zu wiegen muss warte mal da kommt noch mit wer da ach hä wo kommt diese Handel hin hab ich ok pass auf äh da kommt noch sowas dran ach ne sowas ist das nicht ähm ja das wo das kommen hier oben genau ich such grad wo die Teile sind hm 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 genau da hast du mal so ein Dreieck hier ne die sind das ja auch du brauchst die anderen ja auch von jedem brauchst du einen zwei zwei meinst du ja von jedem brauch ich zwei einen hab ich und hier ist der andere ne ist er nicht da ist nochmal so ein Dach und hier ist das ne bitteschön geht doch mach das doch nicht immer komplizierend ja richtig mach ich mach ich aber gerne genau und jetzt und jetzt so und die kommen einmal hier drauf und genau dahinter und genau dahinter ich komm nicht dran ich komm nicht dran außerdem erkenne ich nichts von hier aus ja der Roman ist halt sehr dick ist in fremde Sprache verstehe ich nix flache 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 3 flachen 3 flachen 3 aber eigentlich 4 hast du denn die flachen 3 da ja hab ich wo ist jetzt der andere hätte noch einen gesehen ja da ist ein 4 ja du gehörst gucken ja genau gucken muss so richtig gucken bläh bläh ja das kommt hier ran ist das ein 8er? ja so einmal umdrehen das ist richtig, ja ein 4er grau danke tu was ich kann ich merk das schon I do what that can do wata wata ein sehr netter Kollege mhm immer für mich da wenn ich ihn brauche wenn jeder Handgriff setzt bitte? wenn jeder Handgriff setzt so ist es so jetzt darf ich weiter bauen oh wow zwei Teile ja ich brauche schon mal hier das sind mehr als zwei Teile ja ja vielleicht drei also zu zweit waren es wirklich sehr sinnvoll bei diesem Satz ja ja ach sinnvoll meinst du? sinnvoll ich hab seltsam verstanden das ist seltsam so ein Set zwei zusammen zu bauen sehr seltsam sehr seltsam sehr seltsame Dinge ist aber manchmal kryptisch ne? ein bisschen ein bisschen da das Ganze muss ich jetzt nochmal bauen das passt doch auch schon wieder nicht zusammen hier sagst du? jo sag ich sehr vernünftig ja würde ich ja gerne aber wenn er nicht passt weil er verkehrt drauf ist zum Beispiel hallo ich hab was richtig gemacht ja du machst es wieder falsch das war die falsche Platte oder? nicht so rum was das jetzt ist das denn nicht nein nein doch das ist die Schräge ja okay Entschuldigung ich beobachte mich nicht das geht das geht nicht du kannst dich einfach der Mitarbeiter die ganze Zeit beobachten die Mitarbeiter die warum macht das ständig meine Mitarbeiter auf der Arbeit immer so Stichprobenartig mhm auf die wirklich arbeiten genau ja ist so hey hör die weg ja und teilweise sehe ich Sachen was? echt was kann ich noch mit dem Kopf stellen das war schön mhm und dabei hat man das ja schon hundertmal gesagt weißt und trotzdem steigen auf Toiletten und so ne sowas halt ne ja komm das hast du vorher auch gerne mal ja gar nicht ja doch überhaupt nicht jetzt wenn du was zu sagen hast willst du eine Runde angeben oder? ja doch überhaupt das ist ja alles gewohnte Sache nochmal ich brauche halt da was zu sagen so ich bin mit meiner Seite fertig ja ich habe ein bisschen mehr vor dem Kram ne seht doch schon hast du es schon viermal? ich habe jetzt zweimal aber ich arbeite an mir sehr gut ich kann ja schon mal die nächsten Schritte vorbereiten also zwei weiße, zwei rote und ein Vierer so bitteschön danke ja ja ich habe das schon ey bleib mal cool alles korrigierbar die Sonne wieder so die Frage jetzt kommt der rote jetzt auf den roten oder auf roten und weiß? auf rot und weiß und wo kommt der hin? hier mittendruf? und das hat er für eine Logik ja da ist noch ein langer achso ne noch nicht das ist nicht übereinander sah so aus ich hätte es jetzt so gemacht ja für mich ist der noch weiter drin ein bisschen weiter rein da siehst du ja hier sind halt zwei Lücken und dann siehst du? so ja dann machst du so sieht das richtig aus hört so dann das liegt das hin? ja ah das ist so eine Vorrichtung für cool 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 alles zum abschießen aber hier fehlt der Pinöpel wo hast du denn? aus dem Pinöpel vergessen was für ein Pinöpel denn? da da habe ich noch drauf gesehen wo ist der? nein der da ja das ist doch der nein guck doch da das den hier meinst du? ja ne da links daneben den da? ja das könnte sein dass ich den vergessen habe das kann natürlich sein ich dachte du meinst den Haken den Haken den Haken sehe ich ja so das ist der Haken wo ist das ist nur die Frage wie der da drauf kommt da ist der Vierer der kommt hier in die Ecke rein ja in die Ecke rein in die Ecke rein ja in die Ecke rein ja in die Ecke rein ja in die Ecke rein aber wie gesagt das passt ey so gibt dir etwas Mühe ja hab ich ja fast ja hab ich da ja ja dann werde ich unheimlich attraktiv so das ist für dich juhu ach du Schande ja what is going on ich brauche schon mal her wieder ich seh nämlich nach Tüte 15 ich 20 dann sind wir fertig ja 20 gibt's ja nicht dann bist du dann bist du durch ja ja 15 Typen gibt's noch haben wir gesehen ja in dem Compendium hier ich hab 17 gelesen vielleicht sind's auch 35 nein man will uns nichts genaues sagen ein Jahrhundert später wir waren ja immer noch Skelette will auch Skelett am Legobau ist auch cool das gibt Klicks bei YouTube Skelett-Lego 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 das hätte mal was ja so das und jetzt muss ich wieder warten boah ey ist so boah so zweimal kann ich gibts geh noch mal weg da hast du schon? na geh noch mal weg ne hast du schon oder? nein ich bin hier vorne grad kann ich ja schon mal vorne rein weißt ja du kannst es doch lassen nein kann ich nicht sonst seh ich nämlich nicht was ich suche ich find die schrägen Vierer grad nicht schräge Vierer? ja das sind die da sind sie doch hab ich dir gezeigt siehst du in meinen Finger das hast du ewig gesucht das hast du ewig gesucht klappt doch wieder nicht ne glaub ich niemals niemals du musst das jetzt nach außen oder nach innen nach außen dann drehen wir es noch das ist aber dann doof dann drehen wir es noch nach oben die Arme habe ich noch nicht genau ja weiß ich die kommt da drin genau so ist auch wieder Geschützer haben wir nicht gut gewartet seh ich schon die hat wirklich nicht gut die müssen aber nach vorne zeigen ja ja ich drehe sie nach vorne und dann lass ich sie in Ruhe einmal umdrehen wir da dann kommen diese Platten noch drauf ach so diese Runden da ja und das hast du auch nicht oder das Loch? nein du ich komm ja nicht dazu weil du mir alles hier jetzt machst du das 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 bam 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 Geschütz hier ja wie so ein Geschütz ja so das kommt so das ist so dann kommt das hier ran zack zack schönes machen wir gleich nochmal hör auf ja ist doch weil willst du das wissen? weil das genau nein kannst du nicht wissen nein geht nicht so was hat denn hier das ist das das ist das das ist das 1 2 dann das steht 4 mal nicht mehr 2 mal sind hier ja die anderen beiden hier hier wir sind schon fertig ja aber 1 2 das steht 4 mal nicht nur 2 mal ach so das ist noch einer hier sind noch 2 Pinner Ich mach das. Ja, ja, hab ich gemerkt. Hab ich gemerkt, wie du das machst. Da ist schon was Falsches korrigieren. Also, du willst ja gar nicht, dass der Millenium-Falke so viele Geschäfte hat. Oh Mann, Nico. Man sieht ja nur dieses eine Geschäfte, wo Luke mit rumschießt. Einmal und der Hans-Holo auch. Die werden sich da schon was beigedacht haben. Ja, schon. Wer weiß, an welchen Zeichnungen die sich orientieren. Drei von vier hab ich aber. Ah, da ist der vierte. Das brauch ich schon auf. Ach ja. So, das ist so. Wo ist denn der Haken jetzt wieder? Ja. Der Haken. Da ist er. Da ist er. Ne, den such ich ja gar nicht. Den such ich gar nicht. Ja, aber jetzt hast du ihn. Und jetzt? Gleich such ich ihn. Das kann einfach nie werden. So. Schräger. Noch einmal. Ah, da ist er. Pin, pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Da ist er. Hm. Ganz. Ach scheiße. Kann passieren. Sollte aber nicht. So, so soll das richtig sein. Bitte sehr der Herr. Werde ich ja gleich sehen. Was richtig ist. Kannst du mal die vier Geschütze dran pennen. Genau. Die hab ich ja schon vorbereitet. Ja, genau. Ja, hab ich. Die hab ich gebastelt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wir beide haben die gebastelt. Jo. Ist so. Jo. Spult zurück und kontrolliert das, so. Nein. Beim Zusammenschneiden. Ich mein das jetzt auch an unsere Zuschauer. Mhm. Hier fehlt ein Haken. Echt? Kann natürlich sein. Jo, ich weiß auch wo. Ja, hier inzwischen. Wo sie recht haben, haben sie. Ja. Ich seh das. Ich seh das. Er soll schräg sein. Ah. Dazwischen. Dann kannst du aber nicht drinnen. Ja, dazwischen sag ich ja. Ach so. Oh, okay. So, das kommt her. Ah, diesmal hast du es gemacht. Mhm. Sehr gut. Ich lern dir das. Ich lern dir dazu. Ich wusste, dass du auf dem Pin nachnehmen würdest. Echt? Du hast ja recht gehabt. Mhm. So, ab und zu. Ich bin gleich soweit. Mhm. Ist nicht viel. Das sagt er von mir. Wow, was geht? Die rebellieren. Weil ich das gesagt habe. Will das Tütchen auf sie aufmerksam machen. Ist nicht mehr viel. Wonst, da kommen die ganzen Tütchen geflogen. Genau. Das ist nicht mehr viel. Hahaha. Genau. Von wegen. Die sind jetzt alle aufgehangen und liegen die Einzelnen im Kante. Ja. Hahaha. So, das ist das. So kommt schon hin. Nee. Ja, doch. Ich glaube schon. Doch. Mein Lieber, Johnny. Erstmal waren aufgebohnt. Ja, aber es kommt nochmal irgendwie. Nee, nochmal kommt es nicht. Meinst du nicht? Nein. Weil die andere Kurve? Glaube ich nicht. Ach du Scheiß. So, einmal umdrehen und dann? Festmachen hier. Jo, wenn es gar nicht ist, mach doch. Äh. Umdrehen. Ja, und wie festmachen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ey. Die verweist hier irgendwie auf so ein Ding an, ja. Auf so ein Pin, aber da habe ich keine Ahnung. Ja, das ist ja hier, das hier. Aber wie soll das hier fest? Ah, da sind hier. Nein, die sind nicht. Da siehst du nichts drauf. Überhaupt nichts. Ach, ich verweist nur, dass es oben drauf liegt. Siehst du das? Und nicht, äh, da verschwindet. Also hier zwischen. Oh Gott. Weißt du, das ist mir nur da reingeschoben? Ja, das ist jetzt reingeschoben. Das stimmt nur hier dazu, nicht? Oh nein. Ja. Weil das ist nicht auf der gleichen Höhe. Wir haben es doch unten reingetan, ne? Was haben wir? Da reingetan, wo es rein soll. Da gehe ich bisher von aus. Unten, ja. Okay. So, genau rein. Hast du ein Problem mit der Blätter gerade? Hm, ist wieder aufgegangen. Jetzt hat noch, noch installiert. Ach so. Ach so. Ach so. Ist das irgendwas? Hilfe! Ich kann dir gar nicht mehr leben. Das ist ein Fluch. Das ist irgendwie dazwischen. Aber das passt nicht. Aber hier passt es doch, oder? Ja. Hier inzwischen? Ja, aber nicht nur, ne? Ja. Weil hier, guck. Ich sehe, was du meinst. Weil hier bist du direkt da drunter. Ja. Aber hier hast du den Finger breit frei. Das war nicht, ja. Und das war ja hier eben dran. So. Ne, ne. Die Blende ist, da ist was falsch mit. Die muss weiter runter. Das sieht so gut aus. Das kannst du dir so lassen. Ja, aber... Aber die Seite ist nicht verkehrt. Ja, aber guck mal, ob da wirklich eine Lücke ist. Ja, sicher. Siehst du auch hier. Ja, nein. Aber hier auf dem Bett. Das ist auf einer Ebene, ne? Ja. Die ist es auch auf einer Ebene. Nur hier nicht. Ne, das muss tiefer. Die muss tiefer. Die Blende. Weil sonst die mal runter bauen, oder? Ja, wenn das geht. So, jetzt mal. Entschuldigt. Muss einmal abreißen. Ne, das geht ja nicht anders. Schon richtig. Aber das ist natürlich spannend, ne? Blügel, ja. Warum machen wir das? Schauen wir mal. So, dann muss das hier so. Und das kommt halt zur Stabilität noch mal hier dran. Gut, dass man alles korrigieren kann hier. So. Jetzt ist es. Felt auch gut aus, oder? Du hast es nicht. Fingerbreit? Ja. Das sieht zumindest besser aus. Da liegt es auch gerade auf. Ja, dann passt das. Oh, ich hoffe, da kommt noch was gegen, ja. Stabil ist es nicht, ne? Ne, noch nicht. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Ja, cool sieht es aus. Was ist hiermit? Ist das von dir? Wo soll das herkommen? Von der Blende meinst du? Vorne irgendwo? Wir heben und was hast herkommen. Also hier sind die Blenden dicht. Hier unten. Was? Ne, das ist was anderes, ne? Tja. Pein ruhig. Müssen wir gleich gucken. Ja, ist halt so. Never ending story. Das zählt jetzt ab 21 Jahr. Warum? Jetzt brauchen, jetzt müssen wir wieder dual bauen. Zweimal. Das gleiche. Okay. 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 Fertig. Fertig. Was sagt denn so? Meinen jugendlichen Leichtsinn. Ja. Da muss ich ausstellen, sonst sehe ich nichts. Ja, tut mir leid. Nein, alles gut. Sonst schicke ich auf. Ja, das hörst du gleich mit. Ich hab auch den falschen Stein davon abgesehen. Ja. Uff. Pussen. In den nehmen, das passt das. Vier nebeneinander. Okay. Sowas ist halt auch vor halb zu zweit zu bauen. Ja, klar. Wenn wir öfter bauen. Hier, wo wir das achtmal gebaut haben. Zum Beispiel. Ja. Das waren noch Zeiten. Das war noch Zeiten. Das kommt mir vor, als ob das gestern gewesen wäre. Aber jetzt nicht. Das war vorgestern. Das war vorgestern. Genau. So. Schau mal gut aus. Jetzt raus. Oh, da musst du auspassen. Ich hab aufgepasst. Ja, ich hab auch nicht. Da hab ich den falschen komischen Stein genommen. Oh, jetzt ist das richtig. Du hast nämlich auch den falschen, siehst du? Digga. Ich hab aufgepasst, sagt er mir. Ich hab den Korn richtig genommen. Nur hier halt nicht. Ja, nur da halt nicht. Das ist korrekt. Ja. Unglaublich. 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 Du musst aufpassen, sagt er. Und selbst macht das nicht besser, ey. Alles gut. Okay. So weit bin ich. Kann da unten sein. Und da kommt da noch was dran da hinten. Da kommen halt die nochmal unten dran. Was ist denn noch welche? Ja, die. Die schwarzen oder die grauen? Ja, genau die gleichen. Wie gegenüber. Dann nimmst du wieder die falschen. Nein, die richtigen. Nein. Wenn das dieselben sind, dann das dieselben. Das sind die. Wirklich, das sind die mit den offenen Maulen. Doch, die offenen. Das seh ich doch. Ich seh das. Ja. Dann warte bitte kurz. Dann muss ich das korrigieren. Mit den offenen? Ja, dann muss ich das korrigieren. Weil die mit den Zungen kommen dann da dran. Du verstehen? Ach, komm schon. Der muss ja noch austauschen. Siehste, da kommen die erst. Da kommen die schwarzen. Ja, ist ja gut. So. Jetzt muss ich aufstehen. Ausgleichender Gerechtigkeit. So. Ach nee. Da muss auch aufpassen, wenn wir drauf machen. Geht halt schnell wieder ab. Jetzt ist es halt wieder schneller. Verdammt. Wenn. Wenn. Wenn du nicht irgendwie ausgebremst wirst. Exakt. Wenn du nicht irgendwie ausgebremst wirst. Exakt. So. Ach du Scheiße. In deinem Namen. Ach du Scheiße. In deinem Namen. In deinem Namen. Wie ist das genau? In deinem Namen. Dann. Grauen. Da ist er. Dann. Greifarm. Da ist er. Lache nicht. Lache nicht. Haufsspaß zu haben. Führ auf nicht zum Lachen. Von der Ernste. Voll. Da ist eine Luft. Luft, Luft, Luft. So. Greifarm. Wer ist jetzt findet das. Verhalten. Okay. Wer will sich denn die Schlöpfchen. Und Greifarm. Knoppen wir uns um die Teil. So. Das habe ich ja. Ach da oben geht es auch. Ja. Ja. Das ist wieder ein anderes. Was. Ähm. Jetzt habe ich das per Traum gesetzt. Das ist immer wirklich nicht. Wie gut, dass jemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ja. Loser. Wird so ein Spiel spielen. Wird so ein Spiel spielen. Genau. Genau. Ja. Ja. Wenn wir jetzt schauen. Baut dieses Set in halb von 10 Sekunden auf. Dann sagst du bist du tot. Bist du tot. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt das. Das muss ich irgendwie einholen. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Ne. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Ja. Machst du alles falsch. Lalalala. Äh. Ich mach das ordentlich. Nächster wie du. So. Die Schwarzen kommen hin. Yay. Fertig. Wie? Fertig. Der Grunde kommt dahinter. Ist halt schon klack gemacht. Hast du wieder die zweite Steine gebaut, oder? Wieso, das sind die Rettig. Hinten die, vorne die. Jetzt brauchen wir den hier, siehst du? Echt? Jo. Gut, dass ich den nicht irgendwo übersetzt habe. Was wäre der denn jetzt von mir her? Das Problem ist, du brauchst die Platte auch noch. Aber bei dir liegt noch eine, siehst du? Wo liegt noch eine? Hinter dir. Glück gehabt. Schwein gehabt. Sonst hätten wir diese Sachen. Mhm. Da kommt die erst. Okay. Also das ist so. Und das. Oh, yes. Wir haben jetzt auch Glück gemacht. Hast du gehört? Mhm. Jetzt kommt die gelbe. Jetzt habe ich ein Problem, oder man? Zwei mal eins. Zwei. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, sag ich immer. Sprach das Problem. Ich sehe gerade, dass ich etwas vergessen habe. Ich sehe gerade, dass ich etwas vergessen habe. Ich muss gleich noch mal gucken. Ich sehe alles. Hoffe ich. Ein kleinerer. Ja, kleinerer. Bei dir haben wir eben abgeguckt. Das passt bei mir jetzt nicht drauf. Warum? Weil es nicht drauf passt bei mir. Was passt nicht drauf? Der rote. Der rote. Du musst es nur so machen. Aus. Aber kein Problem. Profi-Werkzeug? Nee, nee. Ich muss nur merken, wie es hier zusammen gehört. Was ich jetzt schon nicht kann. Ja, dafür hast du ja die Anleitung. So. Du musst auf der einen Seite halt die und die andere sagen. Das ist halt wichtig. Sonst geht das schon nichts. Mal gucken, ob die jetzt passt. Was? Genau, der. Nee, das. Ach doof. Nee, weiter. Ja. Nee, der ist alles verkehrt jetzt. Ich habe die Füße falsch. Der ist falsch. So. Nee. So rum ist besser, aber das passt trotzdem nicht. Doch, das passt. Das passt auch nicht. Doch. Klappt mehr. Nee. Na komm. Jetzt passt der Pin aber weiß. Sag ich doch. Da kommt nur so ein blauer Pin rein. 20 Minuten. Ich will das richtig machen. Ich will das richtig machen. Ja. So, das ist lange oben. Ja. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Dann passt das auch. Siehst du? Ja, das andere war falsch. Weißt du was schön ist? Ach come on. Ja. Jetzt ist die Frage auf. Ja, das müssen wir auch zweimal. Ne. Das reicht dann auch. Ja. Ja. Jetzt aufpassen. Wie hängt das Ding da rein? So. Ja. Du machst diese Kurve hier. Ja, ne. So. Da bist du ja nicht. Nö. Ich bin da oben. Schon. Tendlich. Ähm. Da ist es. Versteck da. Ich verstecke es. Nur damit ich meinen Vorsprung erhalte. Hier wird mit harten Ballagen gekämpft. Ja. Alles was geht. Nicht der olympische Gedanke zählt. Nein. Nur gewinnen. Wer verliert hat verloren. So sieht das mal aus. Ja. Die letzten Meisten die Runde, ne? Ja. Genau. Oder dich. Däumig. Däumig. Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Unglaublich. Der Junge konsentiert sich nicht. 3er, 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 3er. Wo ist der? Ach, ein 2 und 9er. Ja, ja. Nee. Da war ich gerade auch bei, du. Aber ich habe es nicht so laut gesagt, weil ich mir sagte, lass ihn mal so rein. Ja. Ja. Hat er Erfolg gehabt. Hat er Erfolg gehabt. Hat er Erfolg gehabt. Hat er Erfolg gehabt. Da kommt ein 6er rein. Ja. Logischerweise ja. Sechster Grauer. Damit das eine Ebene wieder ist. Oh mein Gottchen. So ein Telefonchen. Telefon. Ja. Die alten Telefonhörer. So. Miss B ist schon immer. Wer erinnert sich noch daran. Was will der denn jetzt von mir? Ja. Da bin ich jetzt noch nicht. Was er von mir will. Also naja. Ich bin erstmal bei den dreien hier. Der ist auch schon dran. Mann, oh Mann. Ja. Nicht kleckern. Klopfen. Oh schön. Türkis. Das ist schön. Meine Lieblingsfarbe. Das hat mir ja so an dem. Ausgefallen. Aber schön zu kiefern. Ne. Das kommt doch komplett durch. Eigentlich. Mittig. Ne. Das kommt komplett durch. Sorry. Mittig. Ja. Ja. Hä. Bin ich depper. Ja. Bist du. Und jetzt? Bringt der auch nichts. Wie soll ein Tatch funktionieren? Dann muss er ganz ganz durch. Aber das macht keinen Sinn, was ich hier mache. Guck mal. Ich bin neu drauf jetzt auch. Wo hackst du denn? So. Ne. Das macht keinen Sinn, was hier passiert. Aber immer zum Schluss. Aber letzte Meter muss ich immer krampfen. Verstehe ich nicht. Ach. Das kommt von außen da rein. Jetzt mal. So kommt das. Ne. Aber. Ja. Siehste. Gehe ich nicht so einfach. Ja. Warum guckt das denn da raus? Das verstehe ich nicht. Ah. Ne. Da ist es. Hä. Irgendwas. Was? Ja. Stimmt ja nicht. Ah. So. Ich habe so einen fett Loch gesteckt. Na. Fertig. Ha. Noch gerade so gerettet. Ich habe auch gerettet. Füße dran. Wow. Was sind wir das? Man sieht schön aus. Man sieht genau so aus. Gar nicht wahr. Das legen wir jetzt einfach hier rein und ruhen. Ja. Das ist auch so. Das ist auch fast so. Ach du Scheiße. Wo kommen das dran ey. Ähm. Ja. Also das kommt bestimmt hier. Wir müssen das irgendwo reinschieben. Klar. Ich glaube hier. Und dann wird es so umgeknickt. Oder hier reinschieben. Ja. Kann auch sein. Warte mal. Ähm. Das ist. Alter. Was ist denn? Das ist hinten. Das ist hinten. Da muss das rein. Hier. Dafür sind die Weißen. Ich weiß nicht. Ops. Das hört sich nicht gut an. Nein. Ist alles gut. Ich weiß ja wo hingehen. Ja. Da sind die Weißen. Und dann schiebst das einfach nur hier rum. Bäm. Und dann kommt hier irgendwann nochmal irgendwas drauf. Du Scheiße ey. Alter. Aber das lassen die sich einfach nicht. Ja. Aber das kannst du doch nicht richtig. Ne. Das kommt. So. So. So geknickt. So dass es. Aber soll das nicht hier irgendwo rein? Nein. Weil. Was ist denn mit dem Arm? Ja. Sehe ich. Das soll da rein. Hier vorne. Das passt auch. Neben dem roten. Neben dem roten. Ja. Jo. Ich hab's drin. Ich noch nicht. Du musst den hier nochmal knicken. Den einen Arm. Ich knick doch schon. Ne. Den hier. Den hier musst du nochmal knicken. Genau. Dann kommt das. Aber hinter den roten oder vor den roten? Hier. In den dritten. Hier. Da haben wir den drauf. Meine Herren ey. Die sind ja drauf. Aber geil. Die Optik. Also. Wie gesagt. Hut ab für die. Die sie sogar reinfallen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Von der Mechanik. Sehr geil. Das kommt dann hier und hier auch nochmal. Und da räumen wir auch noch. Raumen die hoch? Pfff. Da kommt noch einiges. Du. Ja. Und sich. Jeder Euro. Wie gesagt. Ja. Du kannst doch mal gucken. Was ein Teil gekostet hat. Ja. Schick doch. Warum. Warum ist. Ein Rohn übrig. Das irritiert mich schon wieder. Hm. Müssen wir auch wieder offline gucken. Wieder offline was gucken. Das ist herrschig. So. Und jetzt fehlt mir ein Pin oder was? Wie ein Pin. Ein blauer. Ja. Und noch einen Schälchen. Ja. Ich hab noch. Ne. Das ist ein anderer. Schmerzen habe ich noch. Ja. Schon nicht. Schon nicht. Ne. Es ist auch verkehrter. Ich brauche den mit den. Mit den Quadraten dran. Ja. Ich sehe auch warum. Warum denn? Du hast bei deinem Amt vier. Meinst du? Ich sehe doch. Guck dann. Guck dann. Guck dann. Ähm. Wenn ich da das korrigieren kann. Nehm das Profilwerkzeug. So. Bitteschön. Und der ist falsch rum. Ja. Kann man nicht aufpassen. Tja. Dann machst du alles kaputt. So. Ja. Das kommt jetzt her. Hätte ich es auch machen können. Ja. Ich wollte ja nicht alles wegnehmen. Einen frei. Nein. Ne. Hä? Ja. So. Aber. Der ist nichts frei. Weißt du. Das verstehe ich nicht. Ja. 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 Das ist es. Ja. Ach. Tobias. Ja. Wer war das wieder? Ja. Tobias. Ich warte mir schon. Warum bin ich nicht dran? Ach. Tobias. Wieso ich? Irgendeiner muss es doch gewesen sein. Ist gut zurück und will ich entschuldigen. So. Komm die. Ja. Hilf. Ach. Weißt du. Du machst das doch prima dran. Wenn ich da mit meinen Wurstfingern auch noch dran gehen, dann wird das eh nix. So. Ne. Quert. Schon richtig. Jetzt passt es. Jetzt passt es auch. Yay. Dann blitter Mombo. Wo was kommt hier? Die Schläuche. Ja. Ah ja. Ich verstehe. Wo sind sie? Hier. Ich gebe die mal. Drei Stück brauche ich. Komm mal hier ran und da ran. Du siehst das geil aus. Brauchst es nicht. Ob sie in Leuchten dunkeln können? Ob die was? Im Leuchten dunkeln? Im Leuchten leuchten. Können die im Leuchten dunkeln? Trotz des Tages, oder? Ja. War schon mal nicht schlecht. Können die. Können die Leuchten dunkeln. Ach fein. Ja. Korrigieren dann erstmal da. Hab ich. Ähm. Willst du den zweiten hier? Oder am dritten? Das ist jetzt. Der, der ich jetzt habe, ist der in der Mitte. Und der, der du hast, ist der unter. Da. Das ist jetzt mal, der das einmal raus nimmt, oder? Dann kann man bis was stülpen. Können die in Leuchten dunkeln? Hör mal weiter. Ja, der sitzt hier und da nicht richtig. Ja, der muss da ein bisschen Spannung dran. Jetzt kommt er auf der anderen Seite nicht wieder ab. Ja, aber bei mir sieht es gleich richtig aus. Mhm. Schön. Guck. Das sieht auch anders aus. So. Und jetzt bleibt das einmal, wie es ist. Arretiert. Genau. Stummestand. Ja. Wie gesagt, den Rest gucken wir auch klein, was hier noch hier liegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel übrig bleibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel übrig bleibt. Ja. Ja, super. Das sind zu viele übrig. Ich sehe die Zukunft kommen. Also und da. Dam, dam, dam. Das wird fun. Einfach nur fun. Ja. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.